gute morgen oder auch was geht ab da draußen ich möchte mich noch mal recht herzlich bei euch bedanken 2018 war für mich persönlich das absolute highlight werden höhen und tiefen wir hatten so viele krasse große und kleine shows und ich hoffe wir sehen uns 2019 genauso stark und zahlreich wieder zusammen können wir 2009 10 noch mal einen draufsetzen i'm so proud of you und Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.